Das hier ist der Christian. Christian ist Moderator bei der 977. Er will wissen, was das hier für ein Geräusch ist. Dafür holt sich Christian Hilfe bei seiner Kollegin Dominika. Dominika hat eine Idee. Und weil Dominika eine Idee hat, tragen sie sich ein auf die neue 1077.de. Liegen die beiden richtig, können sie so eine coole Sonos Play One gewinnen. Genauso wie Dominika und Christian könnt ihr auch mitraten. Alles was ihr dafür tun müsst, Geräusch erkennen und eintragen. Klingt komisch, ist aber so. Viel Spaß beim Raten.